Notrufzentrale Es frisst die Organe, Eingeweide, Leber, holt sich die Nieren Mit dem Wasser ist was nicht in Ordnung Das ist das verfluchtbeste Wasser, das ich je hatte Wir haben einen Flurfall drüben bei der Notrufzentrale Die Systeme brechen gleich zusammen und erreichen zu viele Anrufe Stephanie, warum gehst du nicht ans Telefon? Ich will nicht, dass du das Boot verlässt Ich versuch rauszufinden, was hier los ist Soweit ich weiß, sind alle Straßen nach Claridge gesperrt Aber ich fliege gerade übers Wasser und sehe hier tonnenweise toten Fisch Ziemlich groß Hast du sowas schon mal gesehen? Ich hab mich gewissen Man kann nicht einfach die Ostfüste schließen ohne die Genehmigung einer irren Autorität Und schon sehen wir die Parasiten Oh mein Gott Die Asseln fressen sich durch die Zunge des Fisches Es frisst sie von innen her auf Zentrale, überall Leichen Hörst du das? Was machst du da? Sie haben mich angefliehen Da entwickelt sich eine neue Form Verschwindet Ich zeige der Welt, was hier passiert ist Falls sie dieses Video finden, veröffentlichen sie es bitte Alles wird gut Das macht dich nicht ob Stay Bis zum nächsten Mal Wir sehen uns Wir sehen uns wir sehen uns Wir sehen uns